Hi, ich bin Farid. Ich bin hier gerade in Barcelona am Magba beim ersten Tourstopp der Nike SB Jump Oli Tour. In den nächsten Monaten zieht die Tour durch komplett Europa und kommt schließlich auch nach Deutschland. Gutes Skaten, gute Stimmung und Pizza for free. Was mehr mehr? Wir haben Stuttgart, Münster und Erfurt und als dickes Finale meiner Heimatstadt Berlin. Es wird richtig geil, bringt alle eure Freunde mit und kommt vorbei. Bis zum nächsten Mal.